Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Horrorzeit. Ich habe euch ja bereits die gesamte Freitag der 13. Reihe zusammengefasst. Alle zwölf Filme. Dieses Video solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Aber heute habe ich mir überlegt, noch als kleines Bonbon obendrauf werde ich die gesamte Reihe für euch ranken. Welcher Freitag der 13. Film hat mir gar nicht gefallen? Welcher ist meine absolute Nummer 1? Hier kommt mein natürlich höchst subjektives Ranking und schreibt mir auch sehr gerne eure Highlights und Lowlights in die Kommentare. Seid ihr bereit? Wir starten jetzt mit meinem letzten Platz des Freitag der 13. Ranking. Und da steht Freitag der 13. Teil 3. Der einzige Friday-Film, der auch in 3D veröffentlicht wurde. In Deutschland heißt der Film und wieder ist Freitag der 13. Und dieser Name passt wirklich perfekt zu dem Film, denn er wirkt leider wie ein Aufguss vom Aufguss. Bin mir ziemlich sicher, in 3D war er wahrscheinlich ganz spaßig, aber ich habe ihn nun mal in normal gesehen. Und in der Geschichte geht es um Chris, die mit ihren Freunden ein Wochenende am See verbringen will. Natürlich kommt mal wieder Jason. Das einzig Nennenswerte an dem Film ist der wirklich coole Kill an Rick, wo das Auge rauspoppt. Und natürlich, dass wir zum ersten Mal sehen, wie Jason die Maske von Shelley an sich nimmt. Aber für mich wirklich schade, dass dieser ikonische, prägende Moment für die Reihe in diesem langweiligen Teil stattfinden musste. Und bei meinem nächsten Platz werdet ihr merken, ich mag es nicht, wenn eine Idee einfach immer weiter ausgeschlachtet wird, ohne dass was Neues hinzukommt. Deswegen ist der nächste Platz für mich Freitag der 13. Teil 2. Auch hier ist wirklich nichts Spannendes passiert. Man hat einfach sehr deutlich gemerkt, hey, der erste Teil war super erfolgreich. Lass uns die Formel einfach nochmal genauso wiederholen. Die arme Alice, das Final Girl aus Teil 1, wird direkt im Einstieg gekillt. Und dann setzt die Handlung fünf Jahre später an und wir erfahren, dass Paul das Camp erneut eröffnen möchte. Und wir kriegen eigentlich more of the same. Es ist jetzt nicht super schlecht, aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich den zweiten Film gucke, langweile ich mich die ganze Zeit. Er erzählt den Leuten im Camp dann nochmal die ganze Geschichte von Jason, die wir natürlich schon längst kennen. Und er hat eine Assistentin namens Ginny, die eigentlich ziemlich sympathisch ist. Die wird dann natürlich auch zum Final Girl. Ja, es macht doch recht Spaß, ihr dabei zuzusehen. Und mir hat zum Beispiel der Altar von Pamela Voorhees sehr gut gefallen. Und dass sie eben auch auf die Idee kommt, Jason damit abzulenken. Aber bis auf dieses kleine Highlight hat der Film wirklich nicht sehr viel zu bieten. Außerdem trägt Jason die ganze Zeit einen Sack über den Kopf, was mir auch nicht so lange nicht gefallen hat. Also nein, weiter im Ranking. Vielleicht für einige wenig überraschend ist meine nächste Platzierung, Freitag der 13., die Neuverfilmung von 2009. Ja, Regie geführt hat da der deutsche Regisseur Markus Nispel. Und man muss sich halt vor Augen führen, dies war der zwölfte Film der Reihe. Ich erinnere gerne nochmal, ich habe alle zusammengefasst. Ja, wirklich alle. War eine Schweinearbeit. Und wenn man einen zwölften Film der Reihe macht und man wirklich sagt, man möchte jetzt eine Neuverfilmung starten, muss man irgendwas Neues, Interessantes bringen. Entweder man geht in die Richtung, dass man sagt, man wird so viel krasser und härter und heftiger, wie die Reihe es noch nie gesehen hat. War nicht der Fall. Oder man überlegt sich irgendwas Interessantes mit der Geschichte. Oder man lässt nochmal wirklich die Wurzeln des Genres aufleben. All das schafft diese Neuverfilmung überhaupt nicht. Im Einstieg sehen wir eine Gruppe junger Leute, die versuchen dort eine Hanfplantage zu finden. Fand ich eine super langweilige Idee. Und alle werden gekillt, bis auf Whitney, die verschont Jason, weil sie sie, ihr könnt es euch denken, an seine Mutter erinnert. Und naja, einige Zeit später macht sich ihr Bruder auf die Suche nach seiner Schwester und kriegt dabei Hilfe von Charakter Jenner. Und das war einfach so eine langweilige Geschichte. Es hat mir einfach nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Natürlich ist die Produktionsqualität gut, deswegen ist der Film jetzt auch nicht so tief im Ranking. Aber alles in allem gehe ich doch jedes Mal relativ gelangweilt einfach aus dem Film und denke mir, hey, man hätte so viel coolere Sachen machen können. Auf dem nächsten Platz ist bei mir Freitag, der 13.07, The New Blood. Was mich an dem Film immer wieder enttäuscht ist, er fühlt sich einfach zu stark an wie ein Carry-Up-Klatsch. Wir haben ja die gute Tina als Hauptcharakter hier, wo wir sehen, dass sie als kleines Mädchen schon telekinetische Fähigkeiten entwickelt hat und aus Versehen ihren Vater tötet, der gerade wieder einen Streit mit der Mutter hatte. Und natürlich spielen ihre Fähigkeiten im Verlauf immer wieder eine Rolle, aber wirklich selten so, dass ich sagen könnte, es war wirklich interessant zu sehen, was sie damit macht oder was passiert. Und natürlich gibt es da noch einen bösen Wissenschaftler bzw. Doktor, der sie nur ausnutzen möchte, um mit ihren Fähigkeiten berühmt zu werden. Also alles in allem auch sehr, sehr durchschnittlich, aber was mir an dem Film sehr, sehr gut gefallen hat und ihr merkt, ich versuche auch immer wieder die positiven Sachen, auch bei den Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, so ein bisschen herauszuarbeiten. Was mir wirklich großartig in diesem Film gefallen hat, ist das Ende. Dieser finale Kampf gegen Jason, wo sie wirklich die komplette Veranda auf ihn draufstürzen lässt, wo sie ihn verbrennt und mit allem Möglichen beschmeißt und er bleibt einfach weiter am Leben. Das war dann doch sehr spaßig anzuschauen. Kommen wir zum nächsten Platz. Hier steht bei mir Jason Goes to Hell, also der neunte Film und ihr merkt schon, hier gab es einen Publisherwechsel und deswegen durften die Filme nicht mehr Freitag der 13. irgendwas heißen, sondern hatten immer Jason im Namen. Und ja, der Film ist definitiv ziemlich trashig. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass es einer meiner Lieblingsfavorisierenden Filme ist, aber ihr merkt ja, das Ranking ist sehr, sehr lang. Aber meines Wissens gilt der Film als der mit den meisten Kills und es ist nun mal eine Slasher-Reihe. Deswegen allein was die Kills angeht, wird da schon einiges geboten. Und mir hat es gefallen, dass sie versucht haben, sich was Neues mit Jason zu überlegen, denn in diesem Teil kann er in andere Leute immer wieder reinschlüpfen und ihren Körper in Besitz nehmen. Und schon der Einstieg ist da richtig cool. Man sieht, dass das FBI ihm eine Falle gestellt hat und ihn in tausend Teile zerschießt, aber der Gerichtsmediziner behält sein Herz und Jason schafft es irgendwie aus seinem Herz mit super duper Jason-Energie in diesen Gerichtsmediziner reinzuschlüpfen und dann immer wieder in andere Leute reinzuschlüpfen. Und das war irgendwie echt abgefahren teilweise, aber für einen höheren Platz reicht es dann doch nicht, weil die Geschichte auch wieder relativ dünn ist. Wir sind mittlerweile schon bei Platz 7 meines Ranking angekommen und hier steht bei mir Platz 6. Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch jetzt ein bisschen enttäuscht sind, weil ich glaube, dass das ein ziemlicher Fan-Favorite ist. Aber nun ja, wir sind hier nun mal bei meinem Ranking. Platz 7, finde ich, ist wirklich eine gute, solide Platzierung für den Film, weil es ist ein guter, solider Film. Das Ganze gilt so ein bisschen als der Metafilm, der auch Scream sehr stark inspiriert hat. Er ist teilweise sehr lustig und hat eine so ein bisschen lockere Stimmung und das mag ich auch an dem Film. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich persönlich mag den Tommy-Charakter sehr gerne. Der wurde ja irgendwann abgesägt, weil er bei den Fans irgendwann nicht mehr gut ankam. Aber ich mochte seine Storyline eigentlich sehr gerne von Corey Feldman bis zu seinen psychischen Problemen. Und jetzt ist er wieder dabei und möchte die Stadt retten, denn es wird schon wieder ein Camp abgehalten. Und er versucht natürlich alles, um den Sheriff und alle Leute im Dorf zu warnen. Und er wird nicht ernst genommen, er wird eingesperrt. Und dann gibt es aber zum Glück die Sheriffstochter Megan, die ihm hilft und ihn befreit. Und ich fand es irgendwie schön und spaßig zu sehen, wie die beiden zusammenarbeiten und sich dann am Ende auch in einem relativ epischen Kampf Jason stellen, wo es dann mit der Kette unter Wasser geht. Und ja, alles in allem eine runde Sache. Auf Platz 6 ist bei mir Freitag der 13.4. Für mich ist es immer wieder eine große Freude, Corey Feldman als Jung-Schauspieler zu sehen. Ich finde, er war wirklich in allen seinen Rollen damals sowas von großartig. Und ich finde, dieser Teil ist wirklich der spaßigste der Reihe. Natürlich ist es ernst und natürlich tötet Jason auch wieder Menschen. Aber durch Corey Feldman als Jungdarsteller hat alles immer so eine verspielte Lockerheit. Und es ist total witzig zu sehen, wie er die nacktbadenden Mädels sieht und solche großen Augen bekommt. Und man kann sich da natürlich total reinversetzen, wie aufregend das alles für ihn ist. Und im Interview hat ja auch der echte Schauspieler gesagt, dass es alles sehr, sehr aufregend für ihn war. Und ich finde auch die Dynamik von Tommy mit seiner Schwester relativ gut gelungen. Vor allem zum Ende hin, wo Tommy es schafft, Jason mit seinen Maskenskills abzulenken. Alles wirklich eine nette Sache. Da die Geschichte und was so passiert immer noch sehr, sehr simpel ist, reicht es aber für mich nicht für einen höheren Rang. Wir sind schon bei Platz 5 angelangt. Und was ich bei Rankings immer so schön finde, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was für einen Fokus die Person bei einer Filmreihe setzt. Und ihr müsstet mittlerweile gemerkt haben, dass ich immer großer Fan von neuen, frischen Ideen bin. Dass man eben nicht immer nur auf dasselbe erfolgreiche Konzept setzt, sondern sich auch was Neues überlegt. Deswegen auf Platz 5 bei mir Jason X. Ja, der Film ist trashig. Vor allem, was die Produktionsqualität angeht, ist die Kulisse so, so simpel gemacht, dass es so wirkt, als wäre es irgendwie die Halloween-Deko von irgendjemandem ums Eck. Aber dennoch habe ich immer wieder meinen Spaß mit diesem Teil, weil ich Jason als Cyborg im Weltraum einfach eine total coole Idee finde. Und auch wenn das, was die Crew erlebt, jetzt nicht so spannend ist, am Ende geht es immer darum, irgendwie Jason zu bekämpfen, fand ich doch die Stimmung und die Beziehung von den Leuten untereinander sehr unterhaltsam. Auch wie die Androiden dann eingesetzt wird, wo man wirklich das Gefühl hat, hey, da ist endlich jemand, der halbwegs eine Chance gegen Jason hat. Es ist einfach ein gemütlicher Film, der mal was anders macht und man darf ihn einfach nicht zu ernst nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass mein Platz 4 für einige jetzt ein bisschen kontrovers ist, aber machen wir einfach mal weiter, denn da steht bei mir Freitag, der 13. Teil 5. Ich habe ja schon gesagt, ich mag Tommy, ich mag die Geschichte von Tommy, ich finde es interessant, dass wir in diesem Teil erfahren, dass er halt wirklich lange Zeit psychische Probleme hatte, auch in diversen Kliniken deswegen war. Weil ich es einfach mal spannend finde, dass in so einer harten Slasher-Reihe auch einfach mal solche Probleme dargestellt werden und dass einfach mal realistisch gesagt wird, hey, die Leute können nicht einfach weitermachen, nachdem sie sowas Krasses erlebt haben. Sondern diese psychischen Probleme und Albträume und der Stress und so weiter verfolgen sie noch sehr lange weiter. Und dann kommt er eben in diese Einrichtung mit anderen Troubled Teens. Und ja, natürlich, diese ganzen jungen Erwachsenen, die da leben, es wirkt auch alles ziemlich gestaged. Der eine bringt den anderen einfach komplett random um, die anderen haben andauernd nur Sex. Aber es ist einfach unterhaltsam. Und das absolute Highlight für mich und deswegen ist der Film auch so hoch in dem Ranking, ist einfach Demon. Die Enchilada-Szene, dass er auf dem Scheißhaus mit seiner Freundin zusammen ein Lied anstimmt. Sorry, ich liebe diese Szene einfach. Und diese Szene steht auch sinnbildlich dafür, dass dieser Film einfach ein bisschen drüber ist. Und natürlich dann auch die Auflösung, dass es die ganze Zeit ein Fake-Jason war. Wir hatten zum ersten Mal eine Maske mit blauen Symbolen. Irgendwie hat der Film einfach etwas und er macht mir wirklich immer wieder aufs neue Spaß, den zu gucken. Auf Platz 3, und ja, ich freue mich bereits darauf, wie die Kommentare brennen werden, ist bei mir Freitag der 13. Teil 8, Todesfalle Manhattan. Ich finde den Film einfach total lustig. Ich liebe es, dass sie sich überlegt haben, dass Jason mal raus aus Crystal Lake muss und dass er diesmal in New York zuschlägt. Schon der Einstieg ist so witzig, dass sie uns einfach erzählen wollen, dass es möglich ist, von Camp Crystal Lake nach New York zu schippern. Und als das Schiff plötzlich überflutet wird, nehmen sie einfach das Ruderboot und zack, sind sie auch schon in New York. Und es sind einfach so viele Dinge in dem Film, die ich erwähnen könnte, die mir Spaß machen. Diese abgefahrenen Visionen von Jason als Kind, die andauernd auftauchen. Die Kills haben mir sehr gut gefallen, weil ich die Idee mit diesem Kreuzfahrtschiff einfach total nett fand. Dass zum Beispiel jemand in der Sauna umgebracht wird, die Gitarristin, die da mit ihrer Gitarre abrockt und irgendwie sofort drauf geht. Dass jemand auf der Tanzfläche getötet wird und so weiter und so weiter. Und in New York geht es dann weiter mit dem Spaß, dieser grandiose Boxkampf auf den Dächern. Dass in New York überall Säurefässer stehen und überall so Junkies mit der Nadel und jede Gasse sieht aus wie bei Batman. Und natürlich wird die Kanalisation von New York jede Nacht geflutet und es ist einfach nur ein großer Spaß und ich liebe diesen Film einfach. Auf Platz 2 und 1 haben wir aber wieder etwas mehr ernstzunehmende Qualität. Es hat ewig gedauert, bis dieser Film endlich erscheinen konnte. Aber auf Platz 2 ist bei mir Freddy vs. Jason. Ich liebe die Nightmare on Elm Street Reihe. Und ja, natürlich werde ich euch irgendwann auch eine Zusammenfassung aller dieser Filme machen. Aber ich muss mich jetzt erstmal noch von der Zusammenfassung aller Friday Filme erholen. Und da kam einfach das zusammen, was zusammenkommen musste. Einige von euch wissen ja bereits, ich liebe, liebe, liebe solche Versus-Horror-Filme. Es gibt ja zum Beispiel auch Sadako vs. Kayako. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr Versus-Filme mit bekannten Horror-Ikonen geben würde. Und Freddy Krüger vs. Jason hat einfach so viel Sinn ergeben. Und es ist immer wieder ein großer Spaß zu sehen, wie die beiden gegenseitig so ein bisschen neidisch darauf sind. Dass jemand den Kill bekommt und dass sie die ganze Zeit alles versuchen, dem anderen den Kill zu klauen. Und dann natürlich der großartige Finale-Kampf am Ende. Und ich finde es auch cool, dass sie es irgendwo auch offen gelassen haben, wer jetzt wirklich gewonnen hat. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal einen zweiten Teil davon. Ich wäre auf jeden Fall am Start. Und mein erster Platz ist dadurch jetzt auch klar Freitag der 13. Teil 1. Für mich ist dieser Teil einfach der originale erste Freitag der 13. Film, der mir auch nach wie vor durch seine schöne Atmosphäre immer noch am meisten Freude bereitet. Ich mag es auch, dass Jason hier eben nicht überlebt. So wie alle am Film Beteiligten es auch ursprünglich geplant haben. Und diese Stimmung im Ferienlager, die wirklich guten praktischen Effekte von Tom Savini. Und natürlich der großartige Twist am Ende, dass es eben doch Pamela Voorhees die ganze Zeit war. Für mich einfach das beste Gesamtpaket. Hier geht es jetzt weiter mit der nächsten Horrorzeit, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Und wenn du Bock auf noch mehr exklusive Videos, einen monatlichen Podcast, Blicke hinter die Kulissen und vieles mehr hast, dann schau doch gerne bei Patreon.com Horrorzeit vorbei. Damit kannst du mich am besten unterstützen. Und ganz wichtig, genieß die Furcht.